Willkommen zurück zu meiner Folge, Minecraft, hier ist der Folge 929. Wir haben in der letzten Folge zwei Schwimmel verloren, also insgesamt schon drei Stück, seitdem wir hier so am Gräben sind, am Graben sind. Also gut, wir brauchen, ja wir brauchen halt, eigentlich brauchen wir mal Fackeln und wir müssen mal nach oben, weil die Nacht ist vorbei. Also wir gehen erstmal nach oben, die zwei Schalkerboxen haben wir da, aber wir brauchen Fackeln. Und die ist die Frage, wo wir diese Fackeln herkriegen. Und die ist die Frage, wo wir Fackeln herkriegen, weil wir jetzt nur noch drei Fackeln haben. Und wir brauchen noch sehr sehr viele mehr Fackeln. Zack, 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 die Ritkommenehme auch mit, wir nehmen das einfach mal so mit. Nur so schlecht, ähm, die Frage ist tatsächlich, wo haben wir Fackeln? Hier schon mal nicht. Beacon, also schon mal Fackeln haben wir keine mehr. Wir brauchen aber Fackeln für... Da haben wir noch 20, also haben wir jetzt noch 23 Fackeln, ja haben wir 23 Fackeln, klar geht das auch. Ach komm, ich wollte doch nur dieses Trinks haben. Mit 23 Fackeln geht das auch, aber das ist auch irgendwie doof. Was dann wieder bedeutet, wir werden wahrscheinlich erstmal ganz kurz einen Abstecher in der Heimat machen. Das heißt, den nehmen wir mal mit, genau. Das können wir tatsächlich mal stehen lassen und dann müssen wir einmal durch den Nähter durch. Ähm, ja wir müssen durch den Nähter durch und wir müssen uns... Nähe Raketen haben wir in unserer Endergest. Endergest haben wir auch noch zwei Stück dabei. Da können wir nämlich einmal dahin. So, guck mal, hier sind wir doch schon. Hier noch irgendwelche Items, die wir mitnehmen müssen. Ne, wir wollen uns noch ein paar Fackeln holen. Also, ja Fackeln holen wir es mal. Eigentlich nur Fackeln. Äh, ja ne. Also ich sag mal... Wir können einfach mal hier so lang fliegen und hoffen, dass wir... den Weg weit genug kriegen. Ich glaub's nämlich fast nicht... Ah, hab überhaupt nicht gelandet. Wunderbar. Nu, so und noch ein bisschen... Ah, guck mal. Vielleicht kriegen wir das Ha-Ha-Wikings. Ah, nicht ganz. Ja, aber maybe können wir dann hier einfach hoch. Bauen wir jetzt noch eine Fackel. Dafür verwenden wir es, um eine Fackel die ganze Strecke zu fliegen. Schon gut. Was hat denn jetzt hier nicht funktioniert? Na ja, gut. Äh, hier noch irgendwas drin, was wir mitnehmen müssen. Äh, Eis, nur Eis, nur Eis, okay. Aber wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Fackeln. Ich weiß gar nicht, warum wir... Da müssen wir gar keine Fackeln mehr haben. Ich versteh das jetzt so ganz. Da können wir eigentlich gerade hier lang gehen. Tschuhu. Da müssen wir jetzt gleich auch Speed bekommen. Komm, Speed müsste da sein. Wunderbar. Oho, wie schön das ist. Mit Speed abzubauen. Haben wir keine... Keine... Kein Cap mehr. Also kein Cap. Kein, äh... Also gut, Brennstoff ist ja sowieso dann, äh... Upsala. Irgendwo hier. Abfahrt, du nochmal. Das ist eigentlich auch relativ egal jetzt, weil wir werden... Diese ganzen Blöcke hier so einsetzen. So, zack, 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 wunderbar. Das schickt. Geht ihr hier nicht mehr. Ähm, ja, ich weiße mal einfach mal da rein. Wir müssen uns eh gleich noch aktivieren. Habe ich vergessen. Habe ich vergessen, ähm, das müssen wir dann mal machen. Zähleranlage ein. Dann müssen wir nämlich hier die ganzen Sachen noch irgendwie... Hier grad mal die... ...items, die einfach da sind, dass die gerade schon mal rausgelegt werden. So, und so, und so, und so, und so, und so. Ja, das hat wohl mitnehmen. So, und direkt schmeißen wir noch da rein. Und hier dann noch irgendwie so Prismarien-Zeugs. Es ist ja, es sind ja noch ein paar Trichter, genau, die da voll laufen können, ne? Genau. Von daher können wir die Schalker-Box mitnehmen und wir nehmen... ...ein bisschen was an Licht mit. Ja, das lassen wir jetzt erstmal so, wie es ist, das mir egal. Kann ruhig blinken. Wie heute ist das. Vollkommen ausreichend. Was haben wir denn da drin? So, okay. Dann schmeißen wir den Cap da rein, brennen den noch ein bisschen. Ähm, bütütütütütütütü. So, wir wollen fackeln mitnehmen. Ach, der hat sich ausgemacht. Ach, das ist noch eine Katze. Die kann das auch ausmachen. Stimmt. Da war was. Wir brauchen trotzdem fackeln. Also Kohle. Wollen wir Kohle? Kohle, 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 Kohle. Äh, wir machen das mal so. Wir machen mal mit, äh, 16, 32. 17, 18. Mit 32 machen wir uns mal fackeln. Das sollte reichen. Wunderschön. So. Ja gut, das ist jetzt egal. Jetzt können wir erstmal zurückgehen. Weil das ja. Das ist ja. Da in die Richtung müssen wir. Egal, weil wir können uns ja was essen mitnehmen. Dann können wir das gerade nochmal. Komm, wir aktivieren das jetzt gerade nochmal kurz, schnell. Das ist nochmal 15 Items. Die rüber transferiert werden. So, was haben wir denn an Essen? Können uns eigentlich nochmal. Ein paar Korotten mitnehmen. Zwei Stacks. Schmeißen wir dann gleich da in eine Kiste rein. Und dann ist das auch gut. So, jetzt können wir nur schon nochmal nicht sprinten. Das ist nicht gut. Dann essen wir kurz und lassen das mal kurz blinken. So, jetzt können wir nämlich hier in die Richtung. Ui, ui. Ja, das ist ein cooler Jump. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie man diese Double Gems macht, aber. Naja, so funktionieren immerhin. Und dann einmal die Elite. Das ist eigentlich schon die. Ach guck mal, können wir noch zwei hochspringen. Ja gut, das könnte vielleicht daran liegen, dass wir hier noch schon so ein bisschen fortfliegen können. Und so ein bisschen was an Blöcken tatsächlich gespart haben. Deshalb sind wir, glaube ich, immer hier so ganz knapp auf dem Weg. Hört mal, hier könnten wir doch durchbestimmt. Da war gerade ein Pfeil, kann das sein? Ha, guck mal. Haben wir so geschafft. Geschafft, geschafft, geschafft in einem durchzufliegen. Okay, gut, doch nicht. Pff, weil man doof ist und, äh. Wer nicht aufpasst. Na gut, so können wir immerhin immerhin. Ja, Goldschweb war jetzt nett, aber so kann man immerhin die Elytra ein bisschen reparieren. Das ist wenigstens einfach da. So, und des Weiteren können wir dann jetzt nämlich sagen, wie man das so... Oh, genau. Ja, die paar Blöcke, die können wir, glaube ich, so abbauen. Ohohoho. What the fuck? What, 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 what? Naja, gut. Gunpowder nehme ich gerne mit, weil Gunpowder ist nämlich tatsächlich... ...eins der wenigen Sachen, die man ein bisschen öfter braucht. So. Ja, die ist halt jetzt nett. Ist jetzt die Frage, bauen wir die paar mit der Schaufel ab oder bauen wir das immer so um? Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Ich meine, sowieso geht das halt schon. Ja, das ist bei so paar Blöcken ist das absolut ätzend. Also gerade, wenn da gravel drunter ist. Und wenn man dann so 5000 Blöcke hat, die einen so... ...sowieso veräppeln. Zack, zack, wunderbar. Dann kann man den Sand nämlich hier gerade einsammeln. Man kann auch gerade... ...n bisschen ausleuchten. Den kann auch gerade setzen. Dann kann man gerade zack, zack, die drei wieder... ...also, hier war der eine noch. Die nochmal einsammeln, wunderbar. Den Sand auch noch. Dann dürfte das jetzt auch bald... ...ausgeleuchtet sein. Aha. So. Die klauen den Sand, das ist hier nicht normal, die Ändermänner. Das ist doch nicht normal, was die an Sand klauen. Aber gut. Zack, 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 zack. Das geht dann immerhin einigermaßen zügig. Zack, zack, zack. Oh nü. Ja, das fällt ja auch fast gar nicht auf. Ne. So. Dann noch. Dann die noch. Und dann hätten wir das auch fertig. So, dann das Ganze aufgemacht. Ja, und dann hier so weiter. Zack, 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 müssen wir gucken, dass wir die... ...Elytra, äh, die Elytra nicht farblich kaputt machen. Dann ist alles okay. Und ja. Das ist gut, so als müssen wir gleich erst nochmal einsammeln. Zack, 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 zack. Gucken wir, da war sogar... ...da war sogar hier sogar noch ein bisschen mehr Platz, wie wir eigentlich... Warum? Warum ist hier mehr Platz jetzt? Ich würde mir hier kurz sehen, hier wenigstens einsammeln. Dass wir die quasi einmal... ...hier haben, so, dann können wir die nämlich hier hinschmeißen... ...und die auch noch einschmeißen, dann können wir hier schon mal einsammeln gehen. Und wir einen Weg quasi sparen, als... ...zum laufen, genau. So, wir schmeißen auch mal hier gerade die anderen Sachen rein. Und dann sammeln wir nochmal hier die Sachen ein. Das ist ein Sand. Den wollen wir auch noch mitnehmen. Und die Fackel setzen. Nicht vergessen. Wunderbar, wunderbar. So, weil wir ja gerade so schön... ...dabei sind. Können wir das auch so machen und so machen. Und... ...dägen wir auch gerade hier irgendwo reinsetzen. Dann sieht das doch wieder schön aus. Schmeißen wir gerade die Pastex, die wir noch haben, rein. ...und bauen hier weiter ab. Wunderschön. So, hier können wir jetzt eigentlich gucken, dass wir nun mal... ...dägen wir jetzt noch mal kurz die Alm sammeln. So, da ist ein Lick-Keepers. Kann der hier runter? Der kann ja nicht. Der kann nicht da runterkommen. So, die zwei müssen wir auch noch abbauen. Wunderschön. Hier müssen wir gleich wieder einen... ...einen von denen haben. Genau. Und dann können wir jetzt nochmal kurz die Alm sammeln. Dann können wir nach unten gehen. Dann bauen wir nämlich erstmal alle ab, die wir von unten abbauen können. Aber das machen wir in der nächsten Folge wieder. Nenn sich weiter. Lasst noch positive Bewertung da oder ein Abo. Bis dann. Ciao, Leute.